Die oberösterreichische Gemeinde Foking ist vor allem bei britischen Touristen beliebt. Doch vielen Touris reicht ein Foto vor dem Ortsschild nicht. Zwölf oder 13 Ortstafeln wurden uns schon gestohlen. Mittlerweile haben wir sie aber einbetoniert, angeschweißt und vermietet, sagt Bürgermeister Franz Meindl. Doch wer bei Erwähnung seines Heimatorts regelmäßig ausgelacht wird, sollte wenigstens einen großen Vorteil erhalten. So lautet nun die Argumentation des Pornoportals Pornhub. Gemeinden aus aller Welt, darunter auch der kleine Ort Foking aus Oberösterreich, werden in die Liste der sogenannten Premium Places aufgenommen. Diese erhalten künftig kostenlos Zugang zu Pornhub Premium. Das kleine Dorf Foking im Bezirk Braunau kommt in einem Werbevideo von Pornhub besonders prominent vor. Aber auch die deutschen Orte Petting und Titz sowie Bitch aus der Schweiz dürfen sich jetzt Premium Place nennen.